Die Nonnen haben mir erzählt, meine Mutter hatte mich für eine lange Reise in einen Koffer gepackt. Aber dann hatte sie wohl vergessen, mich mitzunehmen. Eines Tages wurde ich von meiner Schwester im Kloster abgeholt und zu meinem Vater gebracht. Aber der wollte uns nicht und schickte uns nicht. Der wollte uns zu den Rebellen. Wenn wir Eritrea befreit haben, werden wir ein sozialistisches Land aufbauen. Was bedeutet Sozialistik? Sozialistisch bedeutet, dass wir alles miteinander teilen werden, wie eine Familie. Hast du viele Feinde getötet? Ich komme mit Waffen nicht besonders gut klar. Wir kriegen nichts zu essen. Finger weg! Masa hat gesagt, dass wir alles teilen. Arbeit, hör mal zu. Ich will dich und die anderen Kinder mitnehmen. Aber das müssen wir geheim halten. Zu Zeiten Christi haben so die Herren ihre Sklaven geschlagen, weil der Mensch mit diesem Schlag gedemütigt wurde. Also wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm die linke Wange hin. Du zeigst ihm damit deine Würde. Es ist vorbei! Nichts ist vorbei! Feuerherz. Die Reise der jungen Aved. Demnächst im Kino.